So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Dann guckt euch doch mal an. Der Ton, das Bild und eine Forschung von Sarina. Was will man dazu sagen? Es sieht so aus, wie als wäre ich zurück, aber irgendwie so richtig bin ich nicht zurück. Es ist noch nicht alles, wie es sein soll. Ich habe auch noch keinen neuen Rechner. Der Holger war heute da. Der hat hier alles auseinandergenommen. Der hat eine defekte Festplatte gefunden. Die Probleme verursacht hat. Die Grafikkarte scheint wohl jetzt doch es irgendwie überstanden zu haben. Aber wir haben jetzt trotzdem in Auftrag gegeben, dass da ein neuer PC angeschossen kommt. 1.300 Euro. Da muss aber nochmal für 300 Euro noch eine Festplatte rein. Windows 11 drauf. Das kommt dann irgendwann alles erstmal. Da musste das alles zurecht machen. Was jetzt nicht nötig wäre für dieses Video. Denn es scheint ja jetzt erstmal irgendwie zu funktionieren. Ich muss auch nicht mehr am Laptop schneiden. Und ich kann es hier wieder probieren. Aber für flüssigeres, besseres, stabileres Arbeiten möchte ich jetzt doch mal in was Neues investieren. Euch möchte ich jetzt dieses Video präsentieren. Denn jetzt dieses Wochenende ist das Go-Fest in New York. Glaube ich. Und weil das Go-Fest in New York ist, gibt es ja dieses globale Event. Dieses Wasser-Event. Da gibt es ein Ticket dazu. Danke, Sarina, für das Event-Ticket erstmal dazu. Hat sie mir gestern geschenkt. Hier steht ja nochmal 6. Juli bis 9. Juli. Und da gab es eine kleine Forschung. Ich habe meinen Buddy jetzt auch wieder Blood in Fears genannt. Da gab es eine kleine Forschung mit diesem Ticket. Die heißt Wandernde Watschelei. Ende den drei Tagen, neun Stunden. Da möchte ich euch zeigen, was da drin ist. Was ich bekommen habe. Und mich natürlich nochmal bei der Sarina bedanken. Denn Forschungen, die jeder haben kann, möchte ich gar nicht mehr filmen. Da ist mir das alles zu stressig, zu viel. Aber Forschungen, die hinter Tickets versteckt sind, die also nicht jeder hat, weil nicht jeder Geld ausgibt. Die möchte ich euch zeigen, wenn sie mir geschenkt werden. Da ich ja selber auch kein Geld mehr ausgebe. Wandernde Watschelei. Verwende einen Rauch. Fange 20 Pokémon vom Typ Wasser. Fange 40 Pokémon vom Typ Wasser. Verdiene 5000 EP. Verdiene 10.000 EP. Erkunde 1 Kilometer. Erkunde 3 Kilometer. Und da gibt es verschiedene Boni. Die gucken wir uns gleich an. Plus es gab eine Sammlerherausforderung. Wenn ihr da diverse Pokémon fangt, gibt es auch nochmal 5000 EP. Rauch und eine andere Begegnung. Hier seht ihr Wingull, Stern, Losepa, Muscha, Spikulende, Quabbel, Krebsgops, Perlu. Was mittlerweile auch ist, ist, das neue Sofa ist da. Und guckt, seht ihr wer da auf dem Sofa liegt. Guckt euch das an. Da liegt der Adi. Was? Ich oder was? Oh, jetzt muss ich erstmal schlafen. Und das neue Kanal-Maskottchen ist auch am Start. Ihr seht, das fusionierte Necrozma. Das hat die meisten Stimmen bekommen bei der Juli-Maskottchen-Abstimmung. Wir gehen jetzt mal live rüber in den Bildschirm, wo ich das abholen möchte von Wandernde Watschelei. Wir haben hier oben ein Pikulende drin. Das ist sehr schön. So gut, Bonkons brauche ich ja jetzt nicht drauf werfen. Äh, Bären meine ich. Merkt euch den Wert. 390, 374. Alle Pikulende, die hier rauskommen, sind dann an Level 15. 364. Ist das gut? Ist das schlecht? Das ist ein 96er. Wenn jetzt eins über 364 kommt, könnte das ein 100er sein. So, das Pikulende nehmen wir erstmal mit. Dann haben wir hier zweimal Rauch. Hier haben wir vier Sonderbonbons. Hier haben wir ein Glücksei. Hier haben wir nochmal Pikulende. 364. Das ist 357. Das ist nix. Das können wir gedroht einfach so eintüten mit Schnellfang-Trick. Hoffen, dass es drinne bleibt. Dann haben wir hier 344. Das ist auch weniger. Pikulende gibt es ja jetzt neu als Shiny. Also wird durchs Go-Face New York eingeführt. Mit erhöhter Shiny-Rate beim Ticket. Live vor Ort, wer da so ist. Und für euch weltweit wird es auch eingeführt. Aber nicht mit erhöhter Rat. Aber es kann natürlich Shiny sein. Und dann ist es irgendwie so rosa statt blau. Das sieht auch gut aus. Ist eigentlich ein süßes Pokémon, muss man sagen. Ansonsten haben wir hier nochmal drei Glückseier. Nochmal 20 Bonbons. Und noch eine Begegnung mit Pikulende. 343, aber kein Shiny. So. Das ist auch weg. Jetzt haben wir hier aus der Sammler-Herausforderung 5000 EP. Rauch und noch eine Begegnung. Sicherlich auch mit Pikulente. Ja. 358. Also das erste war das beste. Das erste war direkt ein 96er. Und dann war es das eigentlich schon. Das war es. Es ist alles abgeholt. Im Heute-Tab ist nichts. Im Spezial-Tab, das ist das Ticket von Nienl. Da muss ich noch was machen. Und dann gibt es eine zweite Forschung. Auch von Blood & Tears oder Blood & Fears. Da gibt es aber auch ein extra Video dazu. Damit ihr wisst, was das ist. Wenn ich es schaffe, irgendwie so einen Code zu generieren, dann könnte ich vielleicht die Forschung aus dem anderen Video, was dann noch kommt, verschenken. Der erste, der es eingibt, hat die dann. Ob das funktioniert, muss ich mal gucken. Da ist irgendwas mit dem Google Play Store. Gibt so eine Aktion. So, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bock auf das Pikulende-Event, was jetzt übers Wochenende läuft? Vermehrt Wasser-Pokémon überall. Pikulende-Shiny-Einführung. Pikulende-Süßes-Pokémon. Und ansonsten, wenn ihr Rauch anmacht, erscheinen auch mehr Muschas und so Zeug, was viel Staub gibt. Nehmt das einfach mit. Guckt euch nochmal einen Adi an, wie der da liegt, wie der Schwann sich bewegt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus dieses Wochenende. Das ist WWE Money in the Bang. Ich freue mich, dass das jetzt erstmal als Übergangslösung wieder funktioniert. Danke an Holger, danke Thomas, danke Zai, danke an alle, die da sich für eingesetzt haben. So, und danke an der Kropf, der mir eine neue Grafikkarte schickt, die noch nicht angekommen ist, aber die ich trotzdem nutzen kann als Ersatzkarte dann für diesen hier oder für den anderen. Ne, der andere hat eine eigene, egal. Also, die Community hat sich wieder mal gekümmert. Ihr wart für mich da, das weiß ich zu schätzen. Danke und so geht es jetzt auch irgendwie weiter. Peace out, vorhaut, euer Ramses.